ich habe sie real so dick wäre ja in dem ja in dem spiel ich weiß schon warum ich erstmal hier oben stehen geblieben bin ich habe alles wohl was es nach unten gibt sie sind gestorben kann man ja einfach diese diese tolle lampe von vorhin haben keine lampe wollen da muss die einsammel genommen kannst du die dinge ablenken damit mit den eingesammelten hier das ist aber jetzt nicht mehr die haben das jetzt gefüttert jetzt machen das nicht mehr und jetzt siehst du nach unten alles geholt hast doch jetzt so beschäftigt doch hier unten ist ja nichts mehr was also ich bin drüben ich nicht kommst du bitte nach unten ich hab hier oben gegner ja das ist schön aber wir sind ja ich kann schießen toll aber da muss trotzdem sehr schön da der held der stunde kann ich nicht irgendwo konnte ich nicht immer schießen nein muss ich das noch mal auf die musik ist laut irgendeinen skill bekommen bist ein magier da oben ist das war richtig da lag sie heute gerade danke das geht nicht kaputt was klitscht denn da unten rum der es wirkt nur so als ob der magier nur so witzig wäre weil die zwei menschen die ganze hier sagen was ich tun soll anstatt mit ihren charakter nachzudenken ich kann mit meinem charakter nicht alles machen viele sachen brauchen den magier halt um rücken zu bauen zum beispiel hoch zu kommen und rüber zu springen und so sachen reicht auch dein schild du kannst auch bei vielen sachen fliegen das macht halt einfach nie ich bin danke dass du die kiste runter gehauen hast bin ich wir arbeiten gut zusammen tschüssi lumi bis bald du schaffst das ich bin tot danke let's teamwork guys du hast ja gesagt wir sollen nicht mehr dir die ganze zeit sagen was du machen sollst wir können doch eh nicht erhitzt bei dir tschüssi lumi du kommst glaube ich noch wenn du dich oben dranhangen kommst du noch rüber aber sonst oh genau geh doch einfach weiter in diese checkpoint kommt bestimmt kommt da eh pass auf ding es ist und da ist die lumi da tari tara die lumi da ist da ja ich würde es ja um benennen in tari tara lumi da kein 10, 5 es da deshalb vergesse ich wirklich mal die ganze zeit dass ich fliegen kann ich vergesse ständig dass ich diesen scheiß greifwagen greifwagen habe hier also ich weiß was wir machen müssen das ist irgendwie wieder lose logisch was win Ich bin nicht die Einzige, die hier fehlt. Sehr schön gemacht, Blumi. Ist hier unten noch irgendwas? Ich guck mal kurz. Ja, das Ding geht wieder zu, wenn ich hier aufhör. Das müsste jemand von der anderen Seite dann ziehen. Moment mal, hier unten geht es irgendwo noch hin. Muss man kurz noch was erkunden. Felix, du konntest rüberspringen und ziehen, dann kann ich nämlich auch kommen. Ich weiß, da oben ist auch noch was, gell? Da komm ich nicht hin. Ich hab noch ein paar Sachen eingesammelt für euch. Da oben ist auch noch was. Da oben ist auch noch was. Ja, aber wo soll ich ziehen? Du könntest das Ding, was ich jetzt gerade schiebe, kannst du eigentlich auch ziehen. So, sag mal den, den ganzen Krimskrams. Ja, kann er. Ja, aber halt von der anderen Seite, damit ich dann auch rüber kann. Aber erstmal sollten wir das da oben einsammeln. Hä, von der anderen Seite? Jetzt lass doch erstmal das da oben einsammeln. Weil da hab ich jetzt keine Ahnung, wenn man da rankommt. Also wahrscheinlich müsste ich da irgendwie... Jetzt kannst du es verkeilen. Was machst du denn? Wie, was willst du verkeilen? Geh doch da hoch auf das Wasser und spring da rüber und hol die Sachen. Wie soll man denn da hoch auf das Wasser kommen? Ja, lass doch los. Ich häng mich dran. So, und jetzt verkeilst du das Scheißteil da. Ach nee, das muss ja... So, jetzt? Wie willst du das verkeilen? Nein. Lass doch mal das Wasser-Ding dort in Ruhe. So, jetzt nimmst du einen kleinen Block und ich kann es nicht malen. Ich glaube, Lumi weiß nicht, was du verkeilen willst. Aber Lumi, er meint das Rad, was durchs Wasser gedreht wird, das sollst du verkeilen. Mit links oben, mit dem Beton-Ding da. Du brauchst was Kleines. Dazwischen, oder was? Aber es geht nicht zu verkeilen. Guck mal, die Knubbel keilen sich nicht diesmal. Aus dem blockiere ich dann das Wasser. Ist egal, wenn das einmal aufnimmt. Nee, alles, alles okay, ja. Aber da oben rechts sind Spikes, du, die kannst du... Ja, die Sachen hole ich die ganze Zeit noch. Aber ich würde wieder was langes nehmen, um da in die Spikes zu hauen. Also, ne? Nicht ein Viereck, sondern eine lange Brücke, eine lange Ding, denn das kannst du auch... Genau. Wir sind nur da hoch irgendwie. Jetzt muss ich irgendwie noch hier hochkommen. Ich kann nicht nur ein Zweiges bauen. Du kannst viel bauen, aber ich muss hier trotzdem erstmal hoch. Du kannst hier noch ein Viereck für mich bauen, da kann ich da hochkommen. Ich kann dir da helfen, guck mal hier. Du kannst auf mich stellen. Wenn du mir nicht das Viereck auf uns beide draufballert. Äh, Benni, kannst du auf, äh, oder so? Was? Nein! Nein, 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 komm her, du kleine Planke. Was komm her, du kleine Schlampe? Planke! Du musst das reinpappen. Und du musst die Spikes treffen und nicht oben und drunter. Ich wollte oben treffen, genau. So, Felix, du musst jetzt da rüber irgendwie oder hier hoch. Na, guck mal, ich bin auch mit oben. So. Zack. Ja, oder so. Mach du das, Benni. Ich glaube, da oben habe ich jetzt alles. Mehr ist da oben nicht. Jetzt müssen wir das Tor wieder aufmachen. Warte, ich mache das Tor, wir rüber. Hopps. Ja, und da kann ich es nämlich von der anderen Seite machen. Lumi, denk dran. Nein! Ich bin runtergefallen. Ach, Leute. Ich wollte da gerade sagen, Lumi, denk dran. Das sind solche Todesfallen, die gehen direkt danach. Vielleicht kann ich die auch so aufhalten? Und Lumi springt direkt danach. Warte, 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 warte. Jetzt kann der Felix rüber. Oh, du so. Und du musst weg, Ben, sonst kann Felix sich an uns vorbei, oder? Na. Nur, du kannst, der kann sich auch genauso da hinstellen wie du. Okay, wenn da noch Platz ist, wenn ich das schon schicke. Wir drücken uns nicht gegenseitig weg, wir können durcheinander laufen. Aber haben wir doch wieder gut bewiesen, dass wir zusammenarbeiten können hier. Ich sehe die Emotion. Oh. Boah, verdammt, ich kann nur eine Seite blocken. So. Muss ich angreifen. Ich gehe dich mal wiederbeleben, Lumi, ne? Hier. Ja, bitte. Ah, Spinner. So. Was kommt hier als nächstes? Noch mehr Spinnen? Blöp, Spinnvieh. Aua. Die Spinnvieh, die kommt echt schlecht ran auf die Entfernung. Hättest du ja auf mich warten können. Du hast zu lang gebraucht. Aber ich wollte nicht warten. Hm. Hab ich gemerkt. Nein, Angst gehabt. Nein, Angst gehabt. Angst gehabt? Nimm dieses Ding rein zur Sprengerleitung. Sinnlose, unbegründete Panik eben. Oho, fuck. Gut. Wie sind sich die Dinger, die spinnen, meinst du? Hopp, hopp, uah. Aber du nippst ja, du hast ja noch viel Leben, Felix. Ja, oder? Respekt. Ja. So, sind wir irgendwie hier hoch. Über uns. Ui. Und hier gibt's Kreissägen. Irgendwas essen. Ich hab immer. Also ich hab's. Hast du kein Abendbrot gegessen? Was? Hast du kein Abendbrot gegessen? Nee. Ist da oben noch mehr? Außer das? Lumi, wir brauchen da eine Baumstimme. Was soll ich denn noch? Ich hab's kaputt. Hier über mir, Felix, ist doch bestimmt was zum Festhalten. Guck ich mal, ob hier noch was oben drauf ist. Direkt über mir ist Holz. Oh. Moin, bei Neri. Ja, da ist was, ja. Na, da muss man doch noch irgendwie da hoch. Ich kann hier auch irgendwas mit dem Stein machen. Ja, du kannst dich wahrscheinlich wieder hoch machen. Aber ich würde vermuten, du ist einfach, wenn du da in ein Viereck, äh, in ein Dingens drauf kegelst. Nee, nicht. Zack, hab's. Oh, du so. Felix macht's alleine. So, jetzt guck ich mal, ob man hier irgendwie... Ah, Hilfe! Ich werd zergerückt! Äh. Na, beweg dich, Lumi, beweg dich. Kreissäge. Ja, und? Wo ist das Problem? Ich hab keine Ahnung. What's your problem? Ich bin unten. Wo ist die man da runter? Boah, ein Berg-Troll! Ah, hier so ein dickes Vieh. Wo man nicht blocken kann. Ich bin tot. Ich kann gar nichts machen, mein Lieben. Ich bin tot. Kann ich nicht einküssen? Komm, troff, 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 troff! Ja, der muss halt ausweichen. Gut. Muss ja echt mal gucken. Wenn ihr macht, der sinkt platt. Was ist das, was ich hier fülle? Ja! 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 Ich hab' ihn hier immer getroffen worden, ja? Ich bin hier Masterfighter. Masterfighter. King. Ähm. Der Ogre-King. Tja. Na, hops! Benni, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Okay, hier komm' ich auch nicht zurück. Jetzt muss ich wirklich den Hebel machen. Ich dachte, ich kann hier nochmal zurück und euch da... Nein, nein. Nein, nein. Aber da geht er zurück. Ich brauch' jetzt wieder was zum Einklemmen, oder? Hops. Hops. Äh, entscheidend reicht das gerade. Hops. Hab' den Film nur angefangen. Huuu, wuuu, wuuu. Halt, habt ihr eine Sahne heute? Wenn ihr die ganze Plotte spielen. Welchen Film hast du nur angefangen? Über uns ist was? Da ist auch nur eine Szene wirklich witzig, die mir im Schwarzen... Schwarzen Ritter. Hops. Da ist noch was. Da ist noch was. Das kriegt noch ganz viel, tatsächlich. Boah, da ist noch ein Gegner, ein Gegner. Bin auf dem Weg zu dir! Äh, meine Prinzessin! Okay, meine Prinzessin desgleichen fliegen. Das irritiert mich. Und deine Prinzessin hat ein Bart und ein Wut. Das ist dir schon irgendwie klar. Hä? Hast du was? Bart, Lumi? Ja. Von dem Bart sehe ich nix. Ne? Der ist erstmal aufgeklebt. Oh nein! Nein, da war mal mein! Hilfe! Okay, sonst ist da oben nix! Nein! 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 Bin jetzt ganz nach unten gefallen. Komm, Lumi, habs! Hier haben wir's? Ne, ist auch nix. Komm, wir schon. Komm, wir schon. So. Nein! Ach, Lumi. Ach, Lumi, ist halt wieder hier. Perfekt. Ich hab für dich sogar noch geblockten Schuss. Einmal zum Sterben bitte, die Lumi. Ich bin auch wieder hier, Salo. Ach, Mann, ey. Du, Lumi holst nicht mal nen Saft, wenn sie jetzt eh tot ist. Oh Gott, hab ich muss die Karte. Sehr schön, dass du wieder was gemacht hast. Bin ich gut. Oh, das gibt's ja gar nicht. Ups. Da hab ich doch noch zwei Schuss zu viel genommen. Felix, alles hängt an dir! Oh! 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 Das hüft nicht gerade. Kannst du auch oben festhalten, ne, weil das Holz ist und so. Nein! Nein! Nicht panisch springen! Überlegt handeln! Nicht panisch springen! Das geht euch nicht. Sie macht es mit mir. Wie ich da so hänge, ist interessant. Bei mir zumindest häng ich da gerade so schön und chill mir einen ab. Ich bin immer noch tot. Noch nen Schuss und du bist auch tot. Ja! Ich will ja keinen Druck machen, aber. Was denn? Sehr schön, aber geschafft. Ich hab dir erst mal die Gegner zerstört. Ich beschwere dich mal nicht, dass ich die Gegner kaputt mache, ja? Ich beschwere mich, dass du die Gegner kaputt machst. Lass mich erst mal meinen Blatt zu machen. Ich hab schon kein Abendessen gehört. Warum hast du keinen Abend gegessen? Weil ich direkt nach der Trauerfeier zu nem Kumpel bin und da hatte ich noch keinen Hunger oder was? Lumi kommst du noch irgendwie nach, oder? Lumi kommst du noch irgendwie nach, oder? Zu spät, um noch was zu essen. Hättest du da was zu essen machen können. Ich war ja schon ne Viertelstunde zu spät. Was soll ich denn da noch ne Stunde kochen? Benni, du bist da grad extra wieder runtergesprungen, oder? Keiner von ne Stunde. Irgendwie muss man doch das hier drinnen noch rausholen können. Lumi, kannst du die Kiste da genau und damit das rechts auch runter... Ne, runter! Nein! Ja, ist doch richtig. Aber du musst die andere Flasche auch noch holen. Wir brauchen die andere Flasche auch noch. Die rechts ist. Die muss doch irgendwie mit so was runter... Wir haben mit so einem... Runterschieben. Du kannst die mit irgendwas, was du da hinzauberst, schieben. Kann ich die nicht einfach reinkesseln und damit nehmen? Nein, kannst du nicht. Du kannst nur Gegner einkesseln. Ja! Ja! Perfekt! Ja! Jetzt ist er drüben. Das ist auch ok. Ich hab's ja. Dankeschön. Hier oben ist auch noch was. Hier oben ist auch noch was. Ich bräuchte übrigens Hilfe, um hier wieder rüber zu kommen. Hier oben ist auch noch was. Lumi, kannst du das Ding mal da schwingen lassen? Hier oben ist noch was. Ja, kannst du... Lumi, du musst mir mal einen hochholen, damit ich rüber komme. Du musst erst mal Benni helfen. Moment. Moment, Moment. Du musst mich erst mal wieder heilen. Die Aussage hat sich wieder so sehr verwirrt, dass er jetzt nicht mehr weiß, wie sie hochkommt. Ich weiß nicht, wie es ganz der Blödsinn ist. Was war ich noch? Achso. Du musst mir einen hochholen. Nicht so hoch. Übertreibst doch nicht immer gleich. Upsala. Lang, langweilt. Kalt. Ach komm schon. Langweilt. Jetzt. Halt's doch mal ruhig. Ich kann's nicht ruhig halten. Er macht mir ein bisschen was der Seele. Ein bisschen höher muss schon. Du kannst nicht so schräg halten. Das Ding ist echt hochpraktisch. Moment. Lumi, wollen wir tauschen? Komm. So geht's auch. Dankeschön. Planke. Die Prothese geht auch. Wie hast du das gesagt, Lumi? Was? Planke. Geil. Planke. Langweilt. Geil. Langweilt. Geil. Hier oben ist noch was. Das muss ich das nächste Mal im Bett bringen. Uff. Gelangweilt. Ich mach das regelmäßig, glaub ich. Hallo Matze. Gelangweilt. Geil. Müssen wir übrigens wieder Wasser nach rechts bringen. Lumi, Planke. Komm mal hier runter. Ja. Oder so. Noch ein Stück weiter rüber. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Es reichen ja ein paar Zentiliter. Ich helfe. Das funktioniert nicht. Oder funktioniert's? Nee. Lumi hat einfach zu viele Planken erstellt. Pass auf, Penny. Sonst bist du gleich wieder Mode. Lumi, ich glaub Lumi geht immer die Kettensäge hier. Lumi bräst sie selbst kaputt. Wo muss das jetzt noch? Machst du aufs Blatt? Ne, ist schon. Ist schon. Ist schon. Nein. Nie, wenn ihr mittendrin wieder aufhört. Ihr habt es perfekt hingehalten. Und dann denkt sich Lumi auch. Nö, jetzt nicht mehr. Ich dachte jetzt wär's schon fertig. Nein, du musst noch weiter nach rechts gehen. Was machst du? Ich versteh's auch nicht. Noch weiter nach rechts? Hier ist da gar nix. Was? Ne, Lumi, hier, hier, dahin muss es doch, wo jetzt stehe. Ja, aber das ist doch schon gewachsen. Das sind die Platter hier. Nein. Das sind die Platter. Dann würde es nicht mehr leuchten, wenn es schon gewachsen wäre. Das leuchtet doch auch nicht mehr. Das leuchtet doch auch nicht mehr. Bei mir leuchtet es noch. 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 Okay. Ne, das hier tatsächlich nicht. Dann gehen wir einfach rüber. Das ist, ist ja wohl das Blatt hier. Hups. Mehr kommt da nicht. Bin drüben. Bin drüben. Bin drüben. Einfach rüber gesprungen. Einfach rüber gesprungen. Die Platter und dann in den Baum. Die Bäume irritieren mich trotzdem hier. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Siehst du, wenn das Blatt da ist. Mhm. So ungefähr. Was könnte ich denn nachher noch essen? Was schnell geht. Gulasch. Schokolade. Gulasch geht schnell. Siehst du. Schokolade macht mich satt. Gulasch ist nicht mehr getan. Psst. 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 Wir haben das Lämpel geschafft. Psst. 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 I-WWAYS. Psst. Oh. Explosive Fässer. Ich ahne es, Schlimmes! Ähähähäh! Was ist das? Ja, ist das gegen bunte Spiele? Ich bin auch um 8 Uhr aufgestanden, das ist ja jetzt keine Ausrede. Ich war um 3 im Bett. Donkey Kong, Donkey Kong. Ja, das liegt aber an dir, dass du um 3 im Bett bist. Wir brauchen wieder Wasser oder sowas. Ich hab mich ja auch nicht beschweren und hab gesagt, Gott ist das ein Absack scheiß, dass ich müde bin. Sondern ich hab gesagt, ich bin halt einfach müde. Wieso bist denn du stärker als ich eigentlich, als du als Zauberer? Warum ist Felix AFK? Oder gar nicht mehr im Spiel? Weil ich grad was schreib. Schön, Felix. Wieso hängt das hier? Also, musst du irgendwie was machen? Nö. Wurde ich nur verloren. Ach, wahrscheinlich gleich boom, wenn du das ja genau dahin hältst. Toll, damals 1 zu wenig. Kommt das wieder? Keine Ahnung. Okay, es kommt nicht wieder. Ja. Kannst du mir mal was hier hinstellen, dass ich hier hoch springen kann? Ja, ne. Warum nimmst du zum hinstellen, zum hoch springen immer die Planken? Weil ich, ich wollte, dass du hochlaufen kannst. Ich wollte, dass du hochlaufen kannst. Nein, egal. Ja, Benni. Da braucht man deinen Hammer. Habe ich ihn schon rausgeholt. Ups. Der fällt normalerweise runter und macht alles kaputt. Der Saft des Lebens. Wie das bei Black and Whitey. Ja, da ist man angekommen. Flipp. 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 mehr dann schießen sie plötzlich wieder geile scheiße das sah jetzt gut aus ok, uns nur die Zeus bei den Raum kann man hier nicht weiter... doch